Was sag ich dir seit Geburt von dir? Hä? Du kannst mit einem deutschen Mädchen ausgehen, aber du darfst sie niemals, niemals, niemals... ...schwängern. Ich will den ersten deutschen Kung-Fu-Film machen, alles klar? Ich erzähl's ihm. Also, der erste kommt auf unseren Helden zu, ja? Schack ohne Herrn Verderben im Leben. Fliegende Zähne von vorne, von hinten! Er ist ein Tenie und... ...meine Nippe! Tizi ist schwanger. Was? Wenn ich das Kind nicht will und du das Kind nicht willst. Ich will es. Hast du schon mal einen Türken gesehen, der einen Kinderwagen schiebt? Danke, dass ich mal üben darf. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater sein kann. Was soll ich tun, Meister? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Hä? Mach einen Taxischein? Mach einen Taxischein? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Was sag ich dir seit Geburt von dir? Das macht mich ein bisschen wegول! Mach einen toll auf, da? Hab ich dir seit Geburt von dir? Untertitelung des ZDF, 2020